Hallo! Stell dich mal auf den roten Knopf! Stell dich mal auf den roten Knopf! So fängt das an! Komm da! Jetzt darfst du weiter gehen! Jetzt habe ich Befehle verteilt! Und jetzt? Jetzt habe ich eins draußen nicht! Ich habe eins draußen drinnen! Geh raus und stell dich auf den anderen roten Knopf! Das spürt schon vorher, bevor ich überhaupt da bin! Ich weiß ja gar nicht was sagt! Geh raus und stell dich auf den anderen roten Knopf! Geh raus! Durch mein Portal! Ach so! Und jetzt? Auf den anderen roten Knopf stell dich! Was für den anderen? Ich geh mich grad nur nicht aus! 5 Kollaborationspunkte Du musst dein hellblaues da hinter dir machen! Dann komm ich zu dir! Wer will das? Ja genau! Dafür dass ich mich nicht ausgehe! Ich hab keine Ahnung was wir hier tun! Aber ja! Nächste Map, ne? Würde ich sagen! Ich habe jetzt, weiß ich nicht, die Tür ausgewählte... Ja, du hast Challenge Modus gemacht! Ja sicher! Interessanter als das, was wir sonst immer machen, oder? Bei mir ist grad ein Pickel runtergefallen! Ist aber schlecht! Ja, weißt du welche, die sie entfernen und so... Ach so! Nicht von mir! Hast du den und dass du nicht gepusst mit deinen Pickel? Nein, hab ich nicht! Und meine Außenessen! Irgendwann wird's schon halten! Wenn ich mach ich's mit Föhn... Mit Föhn? Ja dann schmilzt es ein bisschen und dann... Mit Superkleber! Ich hab kein Superkleber, Alter! Warum nicht? Überall gewollt, gewollt, gewollt! Stellt euch vor, in einigen Spielen der Menschen gewinnt ihr Spiele mit den wenigsten Punkten! Gib da Mühe! Mach ich! Ich hab was gedrückt! Ah! Ich mach mal ein paar Portale! Geh rüber! Bleib mal dort irgendwo! Ja ja, ich bleib wieder! Warte gut! Äh, gelb! Was war denn jetzt gelb? Rechts oder links? Klick! Das da! Okay! Du darfst durch! Nanananananananana! Nanananana! Ab für Part 90! Wie war das mit diesen komischen... Was muss man drücken? Ich hab keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung! Aber das kennen wir ja schon, gell? Was? Das da! Das kennen wir! Ja, das kennen wir! Ähm, warte mal! Da ist... Und... Dort ist Dreieck! Hier ist Kreis! Du musst da oben Dreieck drücken, wenn du schon drückst du heinst du! Ah, okay! Hallo! Du drückst du den Knopf! Danke! Weißt du, ich drück die ganze Zeit effig! Ich bin dummer! So! Also meine zwei laufen! Meine auch! Dann bekommen wir irgendwie irgendwas! Oder irgendwie? Wir haben einen Cube! Achso! Du hast den Balli! Sehr gut! Ihr wachst wahrhaft als Team zusammen! Immer! Wir sind perfekt! Beeindruckend! Wir waren aber zu langsam! Äh... Egal! Hast du was gedrückt? Ich hab nächste Map gedrückt! Okay! Dann brauch ich eh nicht drücken, wenn du eh alles machst! Naja! Ich denke schon nächste Map! Oh! Ja, ja! Das passt schon so! Es ist eh wurscht! Bei mir wird eh überall die Voice auf ersten Platz sein! Wer ist die Voice? Eine... Ja, nicht die Playerin, aber sie spielt mit denen! Okay! Neun Portale, eine Minute! Sofern Kommunikation, Teamarbeit und gegenseitiger Respekt nicht stets gewährleistet sind, sind diese Testpotenzial tödlich! Gleich schon! Angesichts des bisherigen Verlaufs wird dies für einen von euch zur echten Herausforderung! Ah! Verdammt! Ich komm nicht durch! Warte! Ich bewege den bescheuerten Ding! Und du sagst mir, wann er... Warte! Stopp! Letza! Kann man nicht schneller laufen, der Heinz? Was passiert, wenn ich das mache? Ich weiß nicht! Das war keine gute Idee! Ich habe einen Clue! Ich weiß nicht! Sie ist geschießen nach oben! Ja, ich mach nicht! Machst du sie kaputt? Warte, ich arbeite dran! Oh! Ich habe es falsch hingestellt! Oh! Ich habe es falsch hingestellt! Nein! Du musst das Portage euch da vorne machen! Aua! Entschuldige! Aua! Ich schieße dich! Ja! Wir abschießen! Ich schieße dich an! Ich habe gar nichts zu lang! Und wie kommen wir jetzt darauf? Ja, aber wir müssen trotzdem hier... Ach so! Ich weiß schon! Wir müssen das da hin... Du musst... Dein dunkelblaues da hin tun! Und Armin? Hier! Ach so! Und du musst das! Oh Gott! Du hast wahrscheinlich noch mal viel zu lange gebraucht als machen! Jaja! Zwei Minuten! Das kann gut! Ah ja! Zwei Minuten! Jaja! Wir sind schlecht! Ich drück wieder nächste Map! Jaja! Oder drück du! Jajaja! Jajaja! Radieschen! Zahl Nummer 6 will nicht halten! Und die 4 will nicht halten! Und die 8 will nicht halten! Superkleber! Es ist jede zweite will nicht halten von den Zahlen! Nur schaß! Aber sonst ist das so cool! Ich habe keinen Superkleber da! Neun Portale, eine Minute dreißig! Wir brauchen zwei Minuten dreißig! Was machst du da? Ich mach gar nicht! Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht! Ich hab überhaupt nicht gekriegt! Ich weiß nicht einmal, wie ich das mache im Moment! Ihr habt eine so wundervolle Partnerschaft entwickelt, in der einer von euch die Denkaufgaben bewältigt, und der andere bereit ist, ins Getümmel zu watschen, sollte der Test in ein Fressfest umschlagen! Oh, du gehst! Wenn ihr wisst, wo ich geh! Also du bist da oben! Äh, ich geh einmal da oben! Ich seh dich nicht! Wo bist denn du? Hier! Wo ist es hier? Wo ist es hier? Oben! Hallo! Ah! Hallo! Ich hab dich nicht gesehen! Das ist das, wo du mich hunderttausend mal töten hast! Ich weiß ja nicht, wo ich hin muss, gell! Ich mach mir mal hier ins Portal! Ich muss in die anderen Richtung runter! Peng, peng, peng! Bleib stehen! Bleib stehen! Ich stehe! Jetzt bist du eins zu weit unten! Dann musst du wieder raus! Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelele! Das ist mein scheiß Cubic! Der ist drüben! Bleib stehen! Nein, geh noch ein Stück! Bleib stehen! Ja! Du bist zu weit vorne! Ich geh gesehen! Geh zurück! Bleib stehen! Geh vor! Du bist egal! Ich schau halt selber zu Arsch! Egal! Jetzt mach ich das! Okay, dann gehst du! Dann darf ich doch quetschen! Nein, ich schau, dass ich dich nicht quetschen! So! Dann gehst du mal weiter! Das geht doch nicht runter! Es ist eher ein Pfeil, welches runter geht! Ja, ich muss doch gucken! Entschuldige! Ja? Tschüss! Ja, ich sehe nicht, wo du gehst! Boah, das ist knapp! Du musst da drauf gehen! Geh drauf wieder! Dann kannst du dir ein Portal hinter dir machen! Kannst du... Achso, du hast heraus ein Gänz gemacht! Okay, dann musst du rauf gehen! Ja, hab ich! Wo hast du eins? Ich bin hinter dir! Ich bin hinter dir! Ah, da hast du! Was soll ich nicht sehen? Ich dachte, du hast Gänz gemacht! Ach! Kann mich nicht anpassen! Pumsel! Es scheint nur so, als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten! Ist gut! Aha! Hab ich gesagt, zwei Minuten! Ich brauche eine Minute länger immer! Egal! Egal! Wissen du gescheit? Ja! Es ist mir sehr wurscht, wie er dann erst erst stößt! Boah! Das könnte eh wurscht sein! Nein, sind wir leicht gemüt! Hey, das ist ganz schön anstrengend in dem Kindergarten, ja! Aber es ist so geil! Ich schwere! Der Kurs ist auch anstrengend! Ja, der Kurs ist auch anstrengend! 4 Portale! 50 Sekunden! Aber wenn es das wäre, dann würde Orange gewinnen! Ist aber keiner! Blue erhält 5 Kollaborationspunkte! Warum? Ich krieg das da hin und nach hinten durch! Machst du zuerst das Erste bitte? Ich meine, wir müssen nur... Ich wollte nur schauen! Ah! 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 Ich hatte das zufällige Problemkraft! Du, Nico! Ähm, wie funktioniert denn das da jetzt? Drüben kommt eins drauf, ne? Ja! Uah! Ich bin zu blöd! Nein, ich habe mein Portal zu weit unten gemacht! Ja! 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 Okay! Ja, wir probieren das noch einmal! Dann üben wir das! Ja! Ja! usa! Ja! Geh, 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 geh. Voll Gas, voll Gas! Ja! Piu! So, und jetzt das nächste? Ja, warte. Springst du da bitte wieder runter? Nein. Du wirst sterben. Ich werde nicht sterben. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Also lass mich in Ruhe. Okay, das ist bei mir. Du musst das jetzt dorthin lenken auf den Schalter und musst in mein gelbes Portal hinein. Aber ich komme nicht in mein gelbes Portal hinein, das musst du weiter oben machen. In den Schalter. Ja, aber du machst dein Portal bitte, eines da hinten und eines da oben weiter. Habe ich ja. Nein, hast du nicht? Sicher. Ja, jetzt, ja. Aber jetzt ist das zweite da unten und vorher hatte ich es jetzt nicht. Du hast das rote nicht dort vorne, genau so. Ja, so hatte ich es vorne, war das, nee. Nein, es war so halb innen drinnen. Halb innen drinnen, nee. Ich hasse dich doch nicht so an. Hallo. Ich hätte wohl genau... Ich hatte gerade urvoll, megahaffen, geilen Bock auf Portal. Und das haben wir ja noch nicht mal. Manche Tests sind nicht auf das Labor beschränkt. Okay. Der nächste... Danke. Danke. Soh, ges Même. Hej même. Wir sehen,onal seid이옥. Mäli hat ich Ting. Wasiv. Wow, ja. Nie. Wir lernen. Wir hören. Wir hören. Wir haben. Wir hören. Wir hören. êtes. Vielen Dank.